Lamin Gamal, der beste junge Spieler des Turniers. Glückwunsch, wie geht's dir denn? Super glücklich, der Traum ist in Erfüllung gegangen. Ich freue mich so auf wieder nach Hause zu kommen. Und es wird dich viel erwarten. Und der Geburtstag, 17 Jahre jetzt, es gibt kein schöneres Geburtstagsgeschenk. Und ich freue mich auf meine Familie. Wie war das Spiel? Sehr hart, nicht wahr? Sehr kompliziert. Und am Ende habt ihr das gut gemacht. Ja, bei dem Ausgleich war es schwierig. Wir haben da wirklich schwitzen müssen. Aber am Ende hat es auch geklappt. In deinem Alter. Wir sagen ja immer das Gleiche, dass du wie ein Veteran spielst. Die Kollegen helfen mir, daran liegt's. Also, feier schön.